Moin und damit herzlich willkommen zum bereits elften Video meiner Geschichtsreihe über die NFL. Heute geht es um die 49ers, die vor allem in den 80ern und 90ern die NFL mit Legenden wie Joe Montana, Jerry Rice und Ronnie Lott dominiert haben. Die 49ers haben aber auch eine lange Vereinsgeschichte, die bereits 1946 beginnt. Also verlieren wir keine Zeit und starten direkt rein. Die San Francisco 49ers wurden im selben Jahr wie die Cleveland Browns gegründet und haben ihren Ursprung ebenfalls in der AAFC, der All-America Football Conference. Wer jetzt mehr über die Liga erfahren möchte, dem empfehle ich das letzte Video über die Browns. Dort bin ich ein wenig näher auf die Konkurrenzliga der NFL eingegangen. Die 49ers wurden vom Geschäftsmann Tony Morabido gegründet. Der Owner setzte vor allem auf lokale Talente, um die ansässigen Fans direkt an das Franchise zu binden. Der Coach stammte ebenfalls aus der Gegend von der Santa Clara University. Der Name 49ers stammt vom Goldrausch, der Kalifornien zum reichsten und bevölkerungsreichsten Staat gemacht hat. Dieser hatte seinen Höhepunkt 1949. In der AAFC hatte man von 1946 bis 1949 gespielt, konnte aber keinen nennenswerten Erfolge einfallen. Der Grund dafür war, dass man in der Western Division gespielt hat. In der gleichen Division haben auch die Cleveland Browns gespielt. Und im letzten Video habe ich ja schon erwähnt, dass die Browns jedes Jahr die AAFC gewonnen haben. So konnten die 49ers auch nie im Finale stehen. Nachdem die AAFC den Spielbetrieb einstellte, waren die 49ers mit den Browns die einzigen beiden Franchises, die über die Liga hinaus bestehen konnten. Nur logisch war es, dass man der NFL beitrat, die allmählich begriff, dass es auch einen Footballmarkt außerhalb des Nordens, der USA und der East Coast gibt. Neben den LA Rams war man nun das zweite Team an der West Coast. Die Rams und die 49ers waren sogar allgemein die ersten beiden Franchises der vier großen Sportligen MLB, NHL, NBA und NFL, die an der West Coast beheimatet waren. 1950 war schließlich das Debütjahr der 49ers in der National Football League. Doch im Gegensatz zu den Browns hatte man alles andere als einen guten Start in der neuen Liga. Man schaffte es zwar durch die Local Heroes eine enge Fanbildung aufzubauen, aber die Erfolge kamen noch nicht. Der Fullback der 49ers, Joe Perry, war der erste Spieler, der es schaffte, in zwei aufeinanderfolgenden Saisons über 1000 Rushing Yards zu erreichen. Sonst verliefen die 50er Jahre eher unspektakulär. Das Highlight des Jahrzehnts war die erste Playoff-Teilnahme 1957. Doch leider konnte man dort nicht ins NFL-Championship-Game einziehen. Dies sollte auch die einzige Playoff-Teilnahme vor dem Merger sein. Denn in den 60ern Jahren hatte man noch weniger Erfolg, als man es ohnehin schon in den 50ern hatte. Man konnte keine Stabilität in das Spiel bringen, häufig wechselt man die Spieler auf den Schlüsselpositionen. Doch wie bei vielen Franchises markierte der Merger den Wendepunkt der 49ers. Wie ausgewechselt spielte das Team zu Beginn der 70er Jahre. Von 1970 bis 1972 konnte man sogar dreimal nach Gang die Division gewinnen und somit in die Playoffs einziehen. Doch da musste man sich jedes Mal den Dallas Cowboys oder Führung der X-Quarterbacks, Roger Staubach, geschlagen geben. Und danach musste man die Führung der Western-Division an die Los Angeles Rams abgeben, die in den folgenden Jahren die Division dominierten. In dieser Zeit entwickelte sich auch die Rivalität zu den Rams, denn seit dem Merger blieb man bis heute in einer Division und traf mindestens zweimal im Jahr aufeinander. Nachdem Owner Tony Morabito und sein Bruder bereits verstorben waren, haben die Witwen der beiden Geschwister das Ruder übernommen. Doch in den 70ern sind durch den Anschluss der EFL die Spielergehälter in die Höhe gestiegen und die beiden Frauen erkannten, dass sie gar nicht mehr die nötigen Mittel hatten, um das Franchise konkurrenzfähig zu halten. Edward de Batolo Sr. und sein Sohn Edward de Batolo Jr. kauften das Franchise. Doch die de Batolo Familie hatte vor diesem Kauf recht wenig mit American Football zu tun gehabt. Das führte zu vielen fragwürdigen Entscheidungen zu Beginn. Man verpflichtete General Managers und Trainer, die nichts als Misserfolg brachten. Außerdem verschwendete man wertvolle Draftpicks, um Wederons zu verpflichten, die schon lange über ihren Zenit waren. Gegen Ende der 70er hatte man immer eine negative Bilanz und galt als eines der schlechtesten Teams der Liga. Doch wie das Sprichwort so schön sagt, die dunkelste Stunde ist die vor dem Sonnenaufgang. Die 80er wurden zu den erfolgreichsten Jahren in der Geschichte der 49ers. Man verpflichtete den Trainer Bill Walsh, der die Wände einleitete. Viele gut gestachte Draftpicks sorgten für den Erfolg. 1979 draftete man den neuen Franchise-Quarterback Joe Montana erst in der dritten Runde. Man baute ihn langsam zum Starter auf und er wurde zu einem Superstar. Er galt sogar lange als The Greatest of All Time, bis ein gewisser Tom Brady die Bühne betrat. Im dritten Jahr als Coach draftete Walsh den Safety Ronny Lott, der bereits in seiner ersten Saison 1981 die Liga in Angst und Schrecken versetzte. Er war die Definition vom Hard-Hitting Safety, zudem spielte er auch mal Free Safety und Cornerback. Heute gilt er als einer der besten Defensive-Spieler aller Zeiten und mit Sicherheit ist er der beste All-Time-Defensive-Pack. Zu Lott gibt's auch eine legendäre Story. 1985 zertrümmerte er sich bei einem Spiel gegen die Dallas Cowboys den kleinen Finger, was normalerweise eine längere Verletzungspause mit sich gebracht hätte. Anstatt die Verletzungen nach der Saison operativ behandeln zu lassen, ließ er sich einen Teil des Fingers amputieren, da er befürchtete, für die neue Saison zu spät zur Verfügung zu stehen. Alleine diese Story beweist, wie wichtig ein solcher Führungsspieler für das Team war. Bill Walsh etablierte die West Coast Offense, die auf schnellen und kurzem Passspiel auf die Wide Receiver, Tide Ends, aber auch Running Backs basiert. Noch heute wird diese Offense von Teams, wie zum Beispiel der 49ers oder den Rams, benutzt. Der Superbowl-Einzug 1981 war damit nur noch Formsache. Mit einer 13 zu 3 Bilanz gewann man gegen die Cincinnati Bengals im Superbowl 16. Dies war nicht nur der erste Superbowl, den man gewinnen konnte, sondern auch der erste Titel, den die 49ers in ihrer gesamten Vereinsgeschichte gewinnen konnten. Nachdem man in der darauffolgenden Saison nicht die Playoffs erreichen konnte, hatte man die Befürchtung, dass die 49ers nur ein One-It-Wonder waren. Walsh machte den Kokain-Konsum der Spieler für die schlechte Saison verantwortlich. Doch 1984, nur drei Jahre später, konnte man die Kritik niederschlagen, denn es gelang erneut der Einzug in den Superbowl. Man konnte im Finale die Miami Dolphins schlagen und den zweiten Superbowl, die zweite Vince Lombardi-Trophy, mit nach San Francisco nach Hause nehmen. 1985 gelang es erneut, einen zukünftigen Hall-of-Famer zu draften. Mit dem 16. Overall-Pick sicherte man sich die Rechte für Jerry Rice. Der Wide-Receiver definierte seine Position neu und gilt als der beste Wide-Receiver aller Zeiten. Noch heute hält er die meisten Rekorde für seine Positionsgruppe. Insgesamt kam er 13 Mal in den Pro Bowl und wurde 12 Mal All-Pro. 1987 holte man dann noch mit Steve Young einen Backup-Quarterback, der im Notfall den verletzungsanfälligen Joe Montana ersetzen soll. Nachdem Bill Walsh mit den 49ers 1988 den dritten Superbowl erneut gegen die Cincinnati Bengals gewinnen konnte, trat er zurück. Und er nannte selbst seinen ehemaligen Defensive-Koordinator George Seifert zum Nachfolger. Dieser konnte in seinem ersten Jahr auch direkt mal die Vince Lombardi-Trophy verteidigen. Man gewann gegen John Elway und die Broncos mit 55 zu 10. Bis heute hat kein Team mit einer so hohen Differenz den Superbowl gewonnen. Die 49ers gingen als Team of the Decade in die Geschichte ein und sehr viele der damaligen Spieler sind heute in der Hall of Fame. Quarterback Joe Montana, Wide-Receiver Jerry Wise, Cornerback und Safety Ronny Lott, die Defensive-Fans Fred Dean und Charles Haley sind nur einige von vielen. 1990 hätte man fast das Unmögliche möglich gemacht. Wie gewohnt war man sehr dominant in der Regular Season und galt als Superbowl-Favorit. Man hat es aber nicht geschafft den dritten Superbowl-Sieg in Folge zu holen, denn im NFC Championship Game unterlag man dem späteren Champion, den New York Giants. Es wäre aber das erste und das einzige Mal in der Geschichte der NFL gewesen, dass ein Team dreimal hintereinander den Superbowl gewonnen hätte. Joe Montana, der Fanliebling, hat sich während des Championship Games verletzt und musste ganze zwei Jahre pausieren. Doch für diesen Fall hatte man schon mit Steve Young vorgesorgt, der jedoch ein schweres Erbe antreten musste, denn den Goal zu ersetzen ist extrem schwer. Außerdem war Montana viel beliebter bei den 49er-Fans und man sehnte sich nach seiner Rückkehr. Doch Montana kam nicht zurück und verließ nach vier Superbowl-Siegen das Team Richtung Kansas City. Steve Young wurde den Erwartungen gerecht und konnte jede Saison etwas mehr die Herzen der 49er-Fans gewinnen. Nach dem Abgang Montaners verließen auch einige Coaches die 49ers und man verflüchtete einen neuen Offensive-Koordinator. Mike Shanahan, der Vater vom heutigen Head-Coach der 49ers Kyle Shanahan, hieß der neue Mann. Er etablierte eine neue Art der West Coast-Offense. 1994 konnte man das fünfte Mal in den Superbowl kommen. Maßgeblich für den Erfolg verantwortlich, was Steve Young, der eine Rekorde für das Franchise und für die NFL, aufstellen konnte. Auch im Superbowl brach er einen Rekord. Mit sechs Passing-Touchdowns im Finale konnte er die 49ers zum fünften Ring im fünften Superbowl führen. Man gewann gegen die San Diego Chargers mit 49 zu 26. Ab der Saison 1994 bröckelte jedoch die Dominanz. Vince Young blieb im Team 2 erhalten. Andere Stars, die in dieser Saison herausstachen, haben jedoch das große Geld bei anderen Franchises gesucht. Auch Shanahan, der maßgeblich für den offensiven Erfolg der 49ers verantwortlich war, verließ das Team für einen Head-Coach-Job in Denver. Bis 1998 kam man jedes Jahr in die Playoffs, ohne jedoch nennenswerte Erfolge einfahren zu können. 1999 war ihm definitiv das Ende der Ära angebrochen. Steve Young, welcher schon vorher anfällig für Hygienerschüttungen war, erlitt eine schwere Hygienerschüttung und musste seine Karriere mit sofortiger Wirkung beenden. Die Auswirkung war dramatisch. Man verlor elf der nächsten zwölf Spiele und für die 49ers war nach vielen Jahren mal nach der Regular Season wieder Schluss. Nach einem kurzen Tief kam dann auch wieder ein kurzes Hoch. 2001 und 2002 war man mal wieder Gast in den Playoffs, wo man jedoch gegen die Green Bay Packers und die Tampa Bay Buccaneers verlor. Doch nun fiel man in ein richtiges Tief. Trainerwechsel wurden zum Standard, doch kein Trainer konnte die 49ers zu alten Erfolgen führen. Von 2003 bis 2010 erreichte man kein einziges Mal die Playoffs, eine ungewöhnliche Durststrecke für eine erfolgreiche Franchise. 2011 fand man endlich wieder einen Trainer, der erneut erfolgreich die West Coast Offense etablieren konnte. Jim Harbo hieß der Mann. Mit ihm konnte man sogar 2011 in seiner ersten Saison das NFC Championship Game erreichen, wo man jedoch an dem späteren Champion, den New York Giants, scheiterte. Mit dem neuen Quarterback Colin Kaepernick erreichte Jim Harbo sogar 2012 den Super Bowl, wo er auf seinen Bruder John Harbo traf, der die Baltimore Ravens coachte. Nach einer Aufholjagd hatte man es im letzten Tribe selbst in der Hand. Kaepernick und seine Offense schaffte es jedoch nicht zu scoren, weswegen man mit 34 zu 31 verlor. Im nächsten Jahr schielt man gegen die Seattle Seahawks im NFC Championship Game aus. Nachdem man 2013 die Playoffs nicht erreichen konnte, trennte man sich wegen Unstimmigkeiten von Coach Harbo, der sich wieder dem College Football widmete. 2019 konnte man, nachdem man Nick Bosa getraftet hat und mit Jimmy Rappelow als Starting Quarterback erneut den Super Bowl erreichen. Dort traf man auf die dominanten Chiefs, gegen die man auch mit 31 zu 10 verloren. In der letzten Saison hat man aufgrund einiger Verletzungen die Playoffs verpasst. Nachdem man zwei die letzten beiden Super Bowls verloren hat, hat man immer noch eine erstaunliche Bilanz. In sieben Super Bowls hat man fünf gewonnen. Damit hat man die fünf meisten Super Bowl Teilnahmen und die dritten meisten Super Bowl Siege aller NFL Teams. So, das war es dann auch wieder mit diesem Video. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann zieht es auf jeden Fall in Betracht zu abonnieren. Schreibt mir auch gerne eure Meinung zu den San Francisco Foddy Niners in die Kommentare. Sonst gibt es nichts mehr zu sagen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Tschööö. Musik Musik